Geht noch, oder? Gut, dann komme ich wieder. Das ist wieder nicht schlechter. Das ist ein bisschen Wahnsinn. Wer? Auf der Seite kommt er auf deine Seite. Nicht spielen sie noch. Ich hole sie noch. Kannst du sie du holen? Dann passest du auf. Von hinten. Ich habe die Karte. Ich habe die Karte. Ah! Danke. Wenn du wieder runterlustest, würde du gehen. Ich habe die Karte. Ich habe die Karte. Ich habe die Karte. Wie ist das Dorn? Zurück und zurück. Ich habe die Karte. Weiter nehmen wir Klebe. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Ich habe die Karte. Das ist ein bisschen. Ich habe die Karte. Das ist ein bisschen. Ich habe die Karte. Das ist ein bisschen. Komm wir auf, komm wir auf! Untertitelung des ZDF, 2020 Komm, treiben! Kommt! Kommt! Er kann nicht durchlaufen! Kommt! 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 Rumpen! Zeigt euch! Kommt! 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 Gut probiert! Du musst fragen, ob du bei Bayern München spielst. Achtung! Achtung! Kommt! 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 Kommt!